Warum Unternehmen zögern, Open Source einzusetzen und wie wir das ändern. Mein Name ist Alexander Kläser, ich komme von der Univention GmbH aus Bremen. Ah, kommt noch mehr. Hallo. Vielleicht ist es eine gute Idee, wenn wir den freien Platz hier zusammenfassen. Den freien Platz zusammenfassen? Achso. Genau, bitte schön zusammen. Und die zuletzt kommen, kommen in die erste Reihe einfach. Ja, hier ist auch noch. Ansonsten gerne auch mal so ein Shift auf die andere Seite, das ist auch gut. Das ist etwas irritierend, die Katze. Vielleicht sollte ich die mal rumdrehen. Nein, ist alles gut. Okay, jetzt fange ich nochmal an. Also herzlich willkommen zum Vortrag, warum Unternehmen zögern, Open Source einzusetzen und wie wir das ändern oder versuchen zu ändern, sagen wir es mal so. Mein Name ist Alexander Kläser, ich bin von der Univention GmbH aus Bremen und sage mal kurz, was wir machen oder wer wir sind. Ist ein bisschen schwierig. Ich fange einfach mal irgendwo an. Historische Daten, gegründet 2002. Wir machen 100% Open Source Software. Unser Hauptsitz ist in Bremen. Wir haben auch Büros in Berlin mit Mitarbeitern und in Seattle. Sind ungefähr insgesamt 50 Leute. Und wir werden von 5.000 Organisationen eingesetzt und haben ungefähr 1.600 Kunden mit Enterprise-Subskriptionen. Und unterschiedliche Kooperationspartner, also ob es Systemintegratoren sind, ob es andere Softwarehersteller sind. Oder andere Partnerunternehmen, Cloud Service Provider, unterschiedliche Kooperationspartner. Und ich bin bei Univention seit 2010. Ich habe auch hier an der Hochschule studiert vorher und mache dort mittlerweile, kümmer mich sehr stark um unser Webfrontend, zur Administration des ganzen Systems, auch mit Usability-Aspekten, die sehr wichtig sind. Und kümmer mich auch mit um das Design, arbeite mit Grafikern zusammen, Bilder auch aus und mache eine ganze Menge andere Sachen auch mehr. Also nicht nur Oberfläche, sondern auch Untergrund, also Backend auch. Und warum machen wir das Ganze und was ist unser eigentlicher Antrieb? Warum gibt es Univention? Naja, erstmal, wir finden Open Source toll. Und wir denken, dass Open Source das Potenzial hat, die Welt zu verändern und es der richtige Weg ist. Ein anderer Motivationsfaktor ist, auch aus dem Open Source-Gedanken heraus, es gibt so viele Tools, mit denen man die IT so viel einfacher machen kann und IT einfach nutzbar für andere Anwender machen kann. Und wir wollen einfachen Zugriff auf IT-Lösungen anderer Hersteller ermöglichen. Und ganz wichtig ist uns auch, eine Freiheit, dadurch, durch diese Sachen mit Open Source, Freiheit und Unabhängigkeit in der IT zu ermöglichen, dass der Anwender, Benutzer immer wechseln kann, dass sie offene Systeme haben. Das ist unser eigentlicher Antrieb. Und wann kommen wir zum Einsatz? Das ist so ein typisches Szenario, wie man sehen kann. Wann setzt man Univention ein? Das kommt dann zum Einsatz, wenn man typischerweise eine größere Organisation hat, auch eine kleinere, auch kein Problem. Man hat mehrere Arbeitsplatzrechner hier. Man hat viele Benutzer. Jetzt sind es hier nur drei, aber es können ganz, ganz viele sein, können Tausende sein. Und man hat eine ganze Infrastruktur, wo natürlich auch Mail-Services dazugehören, Print und File-Sharing und alles Mögliche. Aber so ein typisches Szenario, wo das eigentlich klar wird, wo man solche Software braucht, ist, ja, ich habe einen Mitarbeiter, der verlässt das Unternehmen oder kommt neu ins Unternehmen und da möchte ich mit einem Klick ein Benutzerkonto anlegen, sodass, wenn er neu reinkommt, er Zugriff auf Mail hat, Zugriff auf irgendwelche Wikis, vielleicht auf irgendwelche Cloud-Dienste, die genutzt werden. Und genauso, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, möchte ich diesen Zugriff mit einem Klick auch abschalten können. Also nicht, dass er noch irgendwelche Konten hat, über die er nachher noch Zugriff auf interne Dokumente hat. Das ist so ein typisches Einsatzszenario. Und da kann es auch sehr gut sein, dass wir hier eine Hauptfiliale haben oder den Hauptstandort. Und wir haben mehrere Zweigstellen, die natürlich irgendwie über die Server angeschlossen werden sollen. Das ist so ein normaler Einsatzbereich von uns. So, jetzt kann man natürlich sagen, jetzt kommen wir zum Titel des Vortrags, das kann man doch schon alles mit Linux machen. Identity Management, da haben wir Open LDAP, Integration von Windows-Clients, ja, Samba gibt es doch, ist doch auch überhaupt kein Problem. DNS, DHCP sowieso kein Problem. Drucker, gut, Cups ist auch super. Virtualisierung, egal was ich nehme, LibWird, KVM, das gibt es auch alles. Cloud-Anbindung, OpenStack gibt es super. Es gibt super Libs für EC2 und Docker für Containerization, alles. Ist doch alles da. Und da kann man sagen, ein klares Ja-Aber. Prinzipiell ist alles da, doch was ist mit der Einfachheit der ganzen Lösung? Wenn ich die jetzt im Unternehmen habe und ich möchte eine bestimmte Lösung haben, wie einfach und wie schnell kriege ich die ans Laufen? Wie gut kann ich sie administrieren? Habe ich verlässliche Vertragspartner, die mir ein Support-Angebot geben können und die mir, wenn ich in der Patsche sitze, raushelfen? Was ist mit Kompatibilität von Standards im Enterprise-Umfeld? Werden die auch eingehalten? Funktioniert das? Was ist mit einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung? Muss ich mir das alles selber, das Know-how aufbauen, alles selber zusammenstellen? Oder funktioniert das out of the box? Was ist mit Garantien über Funktionalitäten? Wenn ich ein Unternehmen habe, möchte ich auch sicherstellen, dass wirklich das, was ich brauche, auch funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, möchte ich jemanden haftbar dafür machen. Was ist mit planbaren Update-Zyklungen? Was ist mit dem ganzen Know-how über die Eigenheiten von irgendwelchen Komponenten tief unten im System? Und was ist mit Wartbarkeit von Konfigurationen, die ich angepasst habe oder von Code, den ich gegebenenfalls erstellt habe? Und eine Antwort darauf ist UCS. Das ist unser Produkt, was wir machen bei Univention. UCS ist der Univention Corporate Server. Und was wir machen, ist im Prinzip, man kann das so ein bisschen verbildlich darstellen, naja, wir verkaufen Wasser in Flaschen. Also wenn ich eine kritische Mission habe und bin in den Subtropen oder in tropischen Bereichen, dann bin ich schon ganz froh, wenn ich eine Flasche Wasser habe, die ich trinken kann. Denn da weiß ich, die sichert mir eine bestimmte Qualität des Wassers zu und ich muss mir keine Gedanken machen, ob ich bestimmtes Wasser im Umkreis trinken kann oder nicht. Das ist so ein bisschen bildlich. Naja, unser UCS ist Debian-basiert, 100% Open Source. Und alles das, was ich eben aufgelistet habe, das gibt es da im Prinzip. Also Garantie für Funktionalitäten, für Schnittstellen, für Updates. Das funktioniert direkt out of the box. Ich kann unterschiedliche, ich entweder Windows, Macintosh oder Linux-Clients an das System hängen. Ich habe einen Single Point of Administration, wo ich ein Benutzerkonto anlegen kann und alle Rechte direkt an diesem einen Benutzerkonto konfigurieren kann. Also ich habe nicht mehrere unterschiedliche Punkte, wo ich Sachen konfigurieren muss. Und es gibt, das ist ein bisschen der Gedanke von Android, UCS ist im Serverbereich wie eine Plattform, auf der es unterschiedliche Lösungen von Drittherstellern gibt. Und die Lösung kann man einfach wie bei Android als Apps über ein App-Center installieren und diese integrieren sich dann nahtlos in das ganze System rein. Und ja, der Betrieb geht auch auf eigene Hardware in der Cloud oder gemischten Umfeld hybrid. Und es gibt verlässliche Vertragspartner, also wir oder andere Partner von uns. Das ist im Prinzip das, was UCS bietet. Technisch interessant ist es jetzt, wie wir das überhaupt realisieren, also welche Mechanismen wir machen, um diese Flasche für das ganze Wasser zu erstellen, wie die einzelnen Komponenten ineinandergreifen, wie der Domänenkontext des gesamten Netzes sichergestellt wird. Und da möchte ich alle mal einladen, einen Blick mit unter die Motorhaube zu werfen. Sieht ungefähr so an, ja nicht wirklich. Ich lasse es einen Moment mal stehen und auf alle wirken. Also das sind so, ich habe das versucht ein bisschen bildlicher darzustellen, was die unterschiedlichen Komponenten des Systems ausmachen. Und das ist jetzt der nächste Teil des Vortrages. Ich gehe mal auf eine Reise, ich lade alle auf eine Reise ein durch die unterschiedlichen technischen Aspekte dieses gesamten Systems und wie das technisch umgesetzt wird. Und da starten wir ganz einfach bei diesem Gefährt, hier unten im Motorbereich beim eigentlichen Antrieb. Und ein ganz zentraler Punkt, den es im UCS da gibt. Und ein Punkt, um die unterschiedlichen Komponenten miteinander zu verzahnen, um das möglich zu machen, ist Univention Config Registry. Was ist das? Kurz genannt UCR auch, das ist Univention Config Registry. Naja, man kann, wenn man sich den Inhalt mal anguckt, was da drin ist, das sind Key-Value-Paare. Hier, ein paar zufällige Werte da rausgeholt. Und die beinhalten Konfigurationsinformationen über unterschiedliche Aspekte, über entweder Firewall-Einstellungen oder über den X-Server oder über Grub, über Lock-Rotate und viele, viele andere Aspekte mehr. Das ist eine Datenbank, eine kleine Datenbank, in der kann ich natürlich mit regulären Ausdrücken suchen nach Werten. Hier zum Beispiel für die Elder-Basis. Oder ich kann mir bestimmte Werte direkt rausholen aus der Datenbank. Und das Nette ist, wenn ich jetzt sage, okay, ich setze einen bestimmten Wert. Hier zum Beispiel autorisiere ich den Benutzer-Administrator für sudo. Dann sagt er mir, okay, ich setze die Werte und dann sehe ich hier, oh, Datei sowieso, Datei sowieso. Naja, im Hintergrund liegen Template-Dateien, da schauen wir uns gleich eine an. Und die werden beim Setzen neu geschrieben, sodass die Konfigurationsdateien aus UCR heraus generiert werden. Und so habe ich eine einheitliche Abstraktion aller Konfigurationsdaten des Systems, die auf unterschiedlichen Art und Weisen dann im System abgelegt werden. Und ich als Benutzer brauche mir da keine Gedanken drüber zu machen. Hier kleiner Test. Administrator ist jetzt hier in der Datei auch mit drin, wie hier oben angegeben. Anderes Beispiel, Apache. Wenn ich die IP-Adresse eingebe des Systems oder den FQDN, das ist die Startseite, auf die ich umgeleitet werde. Das ist der Default-Wert. Und wenn ich den jetzt hier setze, eine andere Adresse angebe oder anderes Verzeichnis, dann sagt er mir auch, alles klar, ändere ich und ich schreibe die Datei neu. Und das ist das dazugehörige Template. Das sieht zum Beispiel so aus. Das ist ein jetzt recht kleines, übersichtliches Template. Das heißt, das ist im Wesentlichen, hier ist Python-Code drin. Ich kann da beliebig komplexe Auswertungen machen. Und alles, was ich als Print rausgebe auf Standard-Out, wird dann im Endeffekt in die Konfigurationsdatei geschrieben. Oder ich kann Werte direkt aus UCR referenzieren und mit einbinden. Hast du der Gedanke? Also ich habe, das ist, ihr könnt auch gerne auf die andere Seite gehen. Also auch gerne hier rüberlaufen. Nein, 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 alles gut. Genau. Das ist die Möglichkeit, eine Abstraktion der Systemkonfiguration. Das ist ein großer Baustein, den wir nutzen. Und nett ist auch die Interaktion mit der Shell. Ich kann mir im Prinzip, wenn ich UCR Shell sage, werden alle Key-Value-Paare so aufbereitet, dass ich sie direkt als Variablen in der Shell importieren kann. Hier, ich kann direkt I-Wal ausführen und habe direkt Zugriff auf die Elder-Base, hier in dem Beispiel zum Beispiel. Die auch hier unten steht. Die wird dann direkt gesetzt und ich kann alle Werte direkt in meinen Shell-Skripten verwenden. So, dann gehen wir nochmal zurück. Das ist so der grundlegendste Baustein, den wir benutzen. Jetzt reicht das natürlich immer noch nicht, wenn wir einen gesamten Domain-Kontext sicherstellen wollen. Und dazu benutzen wir Open Elder. Und das ist ein anderer zentraler Baustein. Man sieht hier noch ein paar Zahnräder da mit dran. Und wenn ich mir jetzt angucke, wann kommt Elder zum Einsatz? In UCS oder auch allgemein? Und dann kann man sich das so vorstellen, es gibt in UCS Master-Slave-Rollen, unterschiedliche Systemrollen. Und der Master hier, auf dem kann geschrieben werden und der repliziert seine Änderungen zu allen, die registriert sind. Und so schaffe ich es im Prinzip, um sicherzustellen, dass alle Daten, die in meinem LDAP, Benutzerinformationen, Gruppeninformationen, Rechte, Zugriffsrechte, Rechneraccounts, sonstige Richtlinien, alles Mögliche, was alles, das sind Konfigurationen, die die gesamte Domäne, alle Rechner betreffen. Das heißt, Benutzer möchte ich mich nicht nur an einem Rechner anmelden können, sondern an allen. Und die sind im LDAP gespeichert und die werden dann rüber synchronisiert auf andere UCS-Slaves, die dann die gleichen Daten vorhalten und dann so lokal den Arbeitsrechner gestatten, direkt hier sich dahin zu verbinden, um so auch Lasten verteilen zu können. Und wenn ich mir jetzt mal ein bisschen im LDAP anschaue, was gibt es da alles, dann kann ich mir zum Beispiel, also das LDAP ist ein Verzeichnisdienst, der ist so aufgebaut, der ist hierarchisch aufgebaut wie meine Festplattenstruktur. Es gibt einen Knoten oben, es gibt Unterverzeichnisse, sogenannte Container. Und der, was in meinem Betriebs- oder Verzeichnissystem, der Pfad ist, ist im LDAP der Distinguished Name, DN, das ist das hier. Und das muss man immer von hinten lesen, das heißt, ich habe die Wurzel, die hat einen Namen, das ist hier die LDAP-Basis und wenn ich mir jetzt den Administrator rauspicke, dann ist der unterhalb der LDAP-Basis im Verzeichnis- oder Container-Users und das ist hier seine ID. Und das Gesamte ist der Pfad, die LDAP-DN, mit der er angesprochen werden kann. Und wenn ich mir jetzt den Users angucke, ja, okay, ich mache eine Search im LDAP, mit unterschiedlichen Benutzer. Genauso kann ich mal auch gucken, welche Rechner gibt es im LDAP, welche Rechner sind da registriert. Gibt es auch unterschiedliche Rechner, die unter Computers hier eingetragen sind. Und wenn ich mir jetzt mal genauer anschaue, was für Daten, was für Informationen sind an einem Benutzer gespeichert und da gibt es und da gibt es eine Hülle, also es ist nur ein kleiner Ausschnitt, unterschiedliche Daten, den Benutzernamen, die UID, eine Beschreibung und das ist interessant, also die Care-Browse-ID, wenn man so möchte und interessanterweise, dazu muss man sagen, wenn man jetzt sich als Benutzer vorstellt, was ist die Identität eines Benutzers, muss man sagen, ein Benutzer ist eigentlich schizophren, weil er mehrere Identitäten hat. Es kommt darauf an. Also ich kann, wenn ich Mail mir anschaue, dann ist die Identität die Mail-Adresse. Wenn ich mir Care-Browse anschaue, dann ist die Identität hier, der Principal Name. Aber auf POSIX-Ebene habe ich die UIDs oder GIDs oder auf Samba-Ebene für Windows habe ich Samba-Sits, die den Benutzer identifizieren und das alles ist im Prinzip hier zusammengefasst. Wie schaut, dass das alles an einem Benutzerobjekt gespeichert wird, sodass ich nach außen eine Identität habe, mit der ich unterschiedliche Dienste bedienen kann. Genau, User-Passwort ist gehashed hier drin, Samba-NT-Passwort unterschiedlich gehashed, etc., etc. So, das ist LDAP und wenn ich jetzt mal anschaue, mit UCR und mit LDAP, was greift, welche Komponenten, welche Linux-Komponenten greifen da zum Beispiel schon rein. Im Open-LDAP liegen auch DNS und DHCP-Informationen, auf die, in einem bestimmten Format, auf die direkt die entsprechenden Dienste, Bind oder DHCP-Dienste zugreifen können, kein Problem. Kerbos greift auch auf LDAP zu, das sind Kerbos für einen Authentifizierungsdienst. Zu Namensauflösungen, Libraries, Dienste, die greifen auch auf LDAP zu. PAM zur Authentifizierung, der gesamte PAM-Stack greift auch auf LDAP zu, aber geht auch über Kerberos oder löst auch gewisse Sachen selber auf und wird teilweise auch von UCR konfiguriert. Also da wird es schon ein bisschen komplexer. Kommt dann so ein bisschen darauf an, wie das konfiguriert ist. Und dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Jetzt haben wir hier Open-LDAP als Komponente gehabt und aufbauend auf LDAP. Wie kriegen wir jetzt, also mit UCR können wir Dienste ganz einfach über Konfigurationsdateien und Templates können wir ganz einfach integrieren in bestimmte Konfigurationsaspekte. Und wenn ich jetzt sagen möchte, okay, ich möchte Informationen ins LDAP reinschreiben und darüber auch bestimmte Dienste, die auf einem bestimmten Server liegen, konfigurieren, das ist zum Beispiel CUPS ist ein Beispiel oder SambaShares. Dazu haben wir einen Listener Notifier Mechanismus entwickelt. Und die Idee dabei ist einfach, ich habe wieder meinen Master und hier habe ich mein Slave-System und hier habe ich meinen LDAP-Server, meinen DIMM-Laufen und wenn jetzt hier eine Änderung geschieht im LDAP-Server, dann gibt es ein bestimmtes Modul im LDAP-Server, das fischt sich die Transaktion raus, gibt eine ID, speichert die ID ab und schiebt die Transaktion rüber zum Notifier. Der hat eine Transaktionsliste, wo er sich alle Transaktionen abspeichert und guckt dann, welche Listenerdienste auf Slaves sind bei mir registriert und benachrichtigt die alle über die Transaktion. Hey, es hat eine Änderung im LDAP gegeben, guck mal hier, der speichert sich die auch wieder ab und leitet dann diese Information an unterschiedliche Module weiter, an sogenannte Listenermodule und diese Module, das ist ein Punkt, wo man eigene Dienste integrieren kann oder andere Dienste rein integrieren kann. Zum Beispiel gibt es ein Listenermodul für CUPS und das schreibt dann aus den Informationen im LDAP direkt eine Konfigurationsdatei, die Printersconf, so dass die Drucker, die im LDAP angelegt wurden, auch direkt auf den Server, wo CUPS installiert ist, können auch mehrere sein, entsprechend konfiguriert werden und vorhanden sind, physisch vorhanden für den CUPS-Dienst, der auf dem Rechner läuft oder Samba-Shares, das heißt, ich kann im LDAP ein bestimmtes Share anlegen und der Rechner, auf dem das Share liegt, der sieht dann, oh, das bin ja ich und konfiguriert entsprechend über die SMB-Conf, dass wie die Zugriffe auch immer da verteilt worden sind und die eigentliche Replikation, das heißt, die Replikation der LDAP-Inhalte auf die unterschiedlichen Slaves, die läuft auch über diesen Mechanismus. Und ich habe mal hier ein ganz minimales Beispiel für ein Listener-Modul gemacht, wir arbeiten sehr, sehr viel mit Python und insofern ist das in Python geschrieben, es hat einen Namen, eine Beschreibung, okay, und ich kann einen Filter angeben, der kann beliebig einfach oder komplex sein, hier der Filter, der sucht sich im Prinzip unterschiedliche Accounts raus, Mail-Accounts, POSIX-Accounts, Samba-Accounts, Allgemeine-Personen-Accounts, stellt sicher, dass diese Accounts keine Rechner-Accounts sind und auch kein UID-Nummer 0 haben und sagt dann, ich bin an folgenden Attributen, LDAP-Attributen interessiert und immer, wenn es Änderungen gibt, Transaktionen, die genau auf diese Filter matchen, dann wird eine Händler-Funktion aufgerufen und in diese Händler-Funktion kann man dann sagen, alles klar, kann man gucken, ob etwas gelöscht wurde oder ob etwas hinzugefügt wurde oder geändert wurde. Dann gibt es auch dann eine Option, um zu sehen, dass etwas verschoben wurde und dann kann man die entsprechenden Routinen einleiten, die man dann für die Integration des entsprechenden Dienstes machen möchte. Alles klar, also hier sieht man nochmal Cups, greift dann quasi auf diesen Listener-Notifier-Mechanismus zu, Quota-Regelungen genauso, die hängen hier auch dran, Samba-Shares und die Replikation der LDAP-Daten. Dazu muss man auch wissen, damals als wir das konzipiert haben, gab es, mittlerweile kann OpenLDAP ja auch replizieren, aber das gab es damals noch nicht und dazu hat man das auch entwickelt. Genau, gehen wir mal einen Schritt weiter in diese gelbe Ecke. Da steht Unimension Directory Manager. Was ist das denn? Das kann man im Prinzip, ist eine sehr nette Abstraktion von LDAP. in Python, das heißt, es ermöglicht mir komplexe Zusammenhänge programmatisch in Python quasi miteinander zu verzahnen, nach außen eine einfache Schnittstelle anzubieten. Einfaches Beispiel, hier merke ich mir erstmal die letzte Transaktions-ID, die auf meinem System, also auf LDAP-Ebene, die auf meinem System durchgeführt wurde und ich erstelle ein einfaches Computerobjekt. Ist ja eigentlich nicht viel dabei, könnte man meinen. Ich sage, wo das liegen soll im LDAP, gebe ihm einen Namen, eine MAC-Adresse, die kenne ich schon und weise einem Netzwerk zu. Es gibt Netzwerkobjekte, die Netzwerkeinstellungen kapseln. Und dann kriege ich die Meldung, alles klar, wurde angelegt. Und wenn ich jetzt unter die Motorhaube mal schaue, in LDAP, was hat sich denn alles getan, bis er mir gesagt hat, ja, wurde angelegt, dann sehe ich, das ist noch nicht alles, da gab es eine ganze Menge Einzelschritte, die das Modul für mich abgenommen hat und den LDAP umgesetzt hat. Ich fange mal hier oben an. M für Modified, A für Edit, D ist Delete. Das heißt, es gibt hier einige temporäre Objekte, die funktionieren so ein bisschen so wie so ein File-Logging-Mechanismus, um sicherzustellen, dass es keine konkurrierenden gleichzeitigen Prozesse gibt, die auch die gleiche UID zum Beispiel anlegen wollen. Aber wenn ich mir die einzelnen Schritte in LDAP anschaue, sehe ich, okay, am Netzwerkobjekt wird irgendwas geändert, dann gibt es ein paar temporäre Objekte, die angelegt werden, alles, die sind alle eindeutig, gehen ein bisschen weiter und dann sehe ich, wo es, genau hier unten wird das erste Mal der eigentliche, wenn Eindeutigkeit sichergestellt ist, wird das erste Mal der Rechner, das Rechnerobjekt im LDAP angelegt. Dann wird noch was gelöscht, ein temporären Objekt und dann sehe ich, alles klar, dann wird das Objekt noch ein bisschen verändert. Die Gruppe, zu der der Rechner zugehört wird, wird auch verändert hier und dann werden entsprechende DNS-Einträge und Reverse-Einträge vorgenommen. Die sind ja nicht am Rechnerobjekt gespeichert eigentlich, sondern irgendwo anders im LDAP und es werden nochmal am Ende temporäre Objekte gelöscht. Und das alles, wenn ich mir jetzt aber nochmal angucke, okay, ich habe mein Rechnerobjekt über UDM angelegt, zeigt mir aber, was da alles drin ist, naja, hier habe ich eine einfache Darstellung, was mir diese ganzen Details über DNS-Einträge, DHCP-Einträge, Gruppenzugehörigkeiten und sowas abstrahiert und abnimmt. Und dann sehe ich hier die Domäne, also habe ich einen einfachen Zugriff, sehe ich die Domäne, die IP, welches Netzwerkobjekt dazu gehört, MAC-Adresse, also IP wurde automatisch dann zugefügt, welche Gruppenzugehörigkeiten, DNS-Einträge, FQDN, Samba-Rit, etc. Und das, das, das ist im Prinzip dieser gelbe, dieser gelbe Kasten hier. Und jetzt schauen wir uns mal ein bisschen, gehen wir ein bisschen nach oben und schauen uns Samba an. Dazu muss man wissen, dass ab Samba 4 bringt Samba, also ab Samba 4 bringt Samba-AD-Funktionalitäten mit und Samba kommt mit einem eigenen LDAP-Server. Und in diesem LDAP-Server sind, also hier unten ist der OpenLDAP-Server, das ist nicht der OpenLDAP-Server. Samba hat einen eigenen LDAP-Server hier oben drin und wo die Daten auch unterschiedlich abgespeichert sind. Das heißt, der LDAP-Server hier und hier oben, die sind nicht kompatibel. Da haben wir natürlich ein Problem, weil OpenLDAP wird von vielen Linux-Anwendungen genutzt, ist de facto Standard, aber damit kommen, ja, im AD kommt damit nicht klar. Also haben wir darauf aufbauend so einen Connector geschrieben, der alle Änderungen von Samba nach LDAP rüber synchronisiert und von LDAP zurück nach Samba, also bidirektional. Und wie das jetzt aufbaut auf den Komponenten, es gibt hier auch ein Listener-Modul, was auch sehr stark UDM mitbenutzt als Zugriff auf LDAP. Hier kommen, das ist jetzt die eine Richtung, hier kommen die ganzen Änderungen rein, werden in Dateien, in Transaktionsdateien reingespeichert und diese Dateien werden von dem Connector hier oben ausgelesen. Der liest die Dateien rein und stellt halt sicher, dass die Sachen entsprechend umgemappt hier oben im Samba landen. und wenn Samba-Änderungen reinkommen, kriegt ihr das auch mit und dann geht es ein, das sieht man jetzt nicht, dann geht es einen Weg dahinter lang. Und dadurch ist es dann möglich, Fenster offen zu haben und die Windows-Welt daran anzudocken. Und das ist ein Thema für sich, das ermöglicht auch UCS, nicht nur Windows-Clients sich daran anzumelden über Samba, das ermöglicht auch genauso, dass UCS Teil einer AD-Domäne sein kann oder eine gesamte AD-Domäne übernehmen kann über diesen Weg. Also eine ganz spannende Geschichte. Und so stellen wir im Prinzip sicher, dass OpenLDAP und Windows, also Samba-Welt, miteinander synchronisiert sind. So, jetzt kommen wir zum abschließenden, nein, abschließend, zum Teil hier drüben, dieser rötliche Teil. Und ich zeige erst mal ein Bild, das ist vielleicht einfacher. Dieser gesamte rötliche Teil auf der rechten Seite, der ist dazu da, um Web-Zugriff zu ermöglichen. Das heißt, das gesamte System kann von der Kommandozeile angesprochen werden, aber genauso gut können alle Funktionalitäten auch von Web angesprochen werden, also über ein Frontend, worüber ich darauf zugreifen kann. Ob es jetzt zur Installation von Apps, der Softwareaktualisierung, Benutzergruppen und viele, viele andere Sachen mehr sind. Also, wieder zurück. Das heißt, der gesamte Teil ist dazu da. Welche Komponenten sind da integriert? Naja, habe ich zum einen Apache, klar, als Web-Server, der hier läuft. Ich habe bestimmte, wenn ich jetzt mir UDM rausgreife, genauso wie ich einen UDM-Schnittsteller auf der Kommandozeile habe, habe ich hier ein JavaScript-Modul auf der Seite, JavaScript-Code, und wenn der im Browser ausgeführt wird, stellt er sich auf eine gewisse Weise dar, zeige ich gleich mal, und es werden die einzelnen Daten, die werden dann vom Server geholt, und dabei ist der Zugriff dann durch den Apache, die HTTP-Requests werden ummoduliert in ein eigenes Protokoll, und dann hier ist dann der Server, der dann für das JavaScript-Modul den Serverteil, der in Python auch wieder geschrieben ist, aufruft, das ist ein Python-Modul hier, und der greift dann in dem Fall hier auf UDM zu, bereitet die Daten auf und schickt sie wieder zurück, sodass sie hier dargestellt werden können. Und das sieht dann zum Beispiel so aus, wenn ich mir jetzt das Rechnerobjekt anschaue, was ich eben angelegt habe, dann sieht man hier, alles klar, sieht so ein bisschen aus wie auf der Kommandozeile, nur anders aufgearbeitet, es hat ein Layout, MyLinux war der Rechner, ich habe hier DNS-Einstellungen, DHCP ist hier nicht aktiviert, und ich kann genauso gut Benutzer halt nicht nur auf der Kommandozeile, sondern auch hier rüber anlegen, oder wenn ich meinen Benutzer-Administrator sehe hier, und da gibt es viele, viele andere Konfigurationsdetails, die ich mir anschauen kann. Ich kann sogar auch so weit gehen, dass ich eigene, dass ich die Sachen erweitere, ich kann mit LDAP-Objekten UDM erweitern, das ist ein bisschen verwirrend erstmal, um dann neue Felder zu schaffen, dynamisch, die hier angezeigt werden können. So, und es gibt auch wieder ein anderer Teil, da gehe ich jetzt nur ein bisschen oberflächlich drauf ein, ist Virtualisierung, es gibt zum Beispiel hier eine Schnittstelle oder ein Webmodul, wo ich meine Virtualisierungsserver sehe, und anschalten, stoppen kann, anlegen kann, und das läuft dann natürlich auch hier hin, und das Python-Modul auf der Seite, das benutzt UDM natürlich, aber benutzt auch wieder einen anderen Virtualisierungsteam von uns, der wieder libwirt verwendet und kvm, libwirt verwendet wieder kvm, oder libcloud, das ist eine Lib zum Ansprechen von Cloud-Diensten im EC2-Format, wo man dann Amazon EC2-Instanzen direkt ansprechen kann, oder OpenStack-Instanzen, das dann alles hier übers Web Frontend bedienen kann, genau das gibt es zum Beispiel auch, oder eine andere Komponente ist Sammel-Identity-Provider, Sammel ist ein Protokoll, was mir ein Single Sign-On im Web ermöglicht, eine ganz interessante Geschichte, und das macht es möglich, dass ich ein Konto eines Mitarbeiters dann auf einem Klick auch sperren kann bei Google Apps for Work oder Office 365 oder Salesforce oder wie auch immer, das geht mit dieser Komponente hier, dadurch, dass ich ein Single Sign-On auf der Stelle dann unterbinde, genau, aber es ist auch ein eigenes Thema für sich, und die letzte, der letzte Aspekt hier, den ich noch ansprechen möchte, ich habe dir gesagt, dass wir eine Plattform versuchen darzustellen für andere Hersteller, die Softwareerwendung haben und das nennen wir das App-Center, das heißt, wie ich den Google Play Store habe, wie ich den Apple Store habe, haben wir ein App-Center, das sieht dann so aus, wo man im Prinzip unterschiedliche, gerade Open-Source-Anwendungen, ob es jetzt Agorum ist zur Dokumentenverwaltung, Bacola for Backups, Odu für ERP, CRM-Lösung, OnCloud für File-Sharing, Zarafa oder Open Exchange für Groupware-Lösung, Moby Dick für IP-Telefonie oder was auch immer. Es gibt viele, mittlerweile glaube ich 80 Apps, die hier integriert sind, die ich dann, wenn ich auf eine App klicke, sieht das dann so aus und ich kann sie einfach auswählen, auf welchem Server die App installiert werden soll und die Garantie ist dann einmal installiert, das funktioniert und wenn ich sage, okay, das brauche ich für mein Unternehmen, dann kann man sich die Lizenz kaufen und damit auch Support und Haftung in Anspruch nehmen. Genau, und dazu sind Informationsmaterial, Screenshots, Videos und weitere Informationen. wer der Ansprechpartner ist jetzt für diese App, steht alles da mit dabei. Genau, und diese Apps sind in UCS, wir sind auf dem Weg, alle gesamten Apps in Container auszulagern, dass jede App schön in ihrem eigenen Docker-Container, das sieht man hier unten, läuft, abgeschottet vom System. Derzeit werden teilweise Apps noch direkt auf dem System mit installiert, aber wir sind auf dem Weg dahin, das alles Docker-ready zu machen und auch jetzt schon werden einige Apps da rein installiert und so habe ich dann wiederum eine andere Komponente Docker hier als Möglichkeit, zusätzliche Erweiterungen abgeschottet vom System, schön sauber gesandboxed zu betreiben und zu installieren und für ein Unternehmen oder für eine größere Organisation, das hat dann die Möglichkeit, je nach seinen Bedürfnissen, sich Lösungen rauszupicken und die dann recht einfach zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Und wir ermöglichen es so, zum einen als Softwarehersteller zusammenzubringen, auch unter anderem mit Rechenzentren und so als Plattform dann ein Bindestück darzustellen. Das ist so eine Gesamttour hier durch das System. Jetzt kann man sich fragen, naja, schön und nett, schön bunt, aber wieder zum Titel kommen und wie wir das ändern, steht ja auch hier unten. Jetzt ändern wir damit jetzt irgendwas, funktioniert das auch? Und ja, kann man durchaus sagen, also ein klares Ja, wenn man sich hier anschaut, wie viele UCS-Systeme im Einsatz sind, von zweiten Hälfte 2014 bis heute gab es ja schon einen 2,5-fachen Anstieg ungefähr und die kommen immer mehr zum Einsatz, werden immer mehr genutzt und es gibt viele Punkte, die noch offen sind, an denen wir arbeiten. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Sachen, die wirklich gut funktionieren. Und diese ganzen Systeme, das umfassen Privat, Server, UCS kann kostenfrei auch kommerziell eingesetzt werden, bis hin zu großen internationalen Organisationen mit Millionen von Benutzern. Und damit möchte ich jetzt soweit meinen Vortrag abschließen, bedanke mich für die Aufmerksamkeit, mehr Infos gibt es auf univention.de, Handbücher unter docs univention.de, das Lego habe ich erstellt mit Mika Bricks und das war eine HTML5-Präsentation, der Link ist hier. Und jetzt würde ich nach Fragen fragen, also gerne Fragen stellen und in der Zwischenzeit freue ich mich über Feedback, um den Vortrag zu verbessern. Also einfach einen QR-Code scannen. Eine Frage, die ich hatte mit der Anbindung an das Active Directory wurde auch eine Azure Domain benutzen. Eine Azure Domain. Eine Azure Domain. Wir haben einen Connector mit Office 365. Deswegen die Frage da ist. Da müsste eigentlich, ich bin mir da nicht genauso sicher, wie da die technischen Details sind. Also eine Verbindung mit einer Active Directory Domäne, mit Microsoft Servern, kein Problem. Wir haben da so einen Member Mode, dass man UCS als Teil einer AD Domäne laufen lässt, um so in einer Microsoft Umgebung vielleicht ein paar Linux-Dienste laufen lassen zu können. Und mit der Azure Cloud kenne ich mich nicht so genau aus. Ich würde mal vermuten, dass das geht, aber ob da Einschränkungen sind von Microsoft, weiß ich nicht. ganz bestimmt. Ja, weiß ich nicht. Also ich würde mal sagen, dass das funktioniert, aber technisch habe ich da zu wenig Hintergründe an der Ecke. Frage, warum Unternehmen? Wir können mal differenzieren. Wir sagen kein mittelständisches Unternehmen, erste, zweite Konzerne, dritten vielleicht NGOs oder so was wie öffentliche Unternehmen. Das darfst du bisschen was sagen, weil das Gegenbeispiel von Python Software Verband überall in Ingenieurs Ausbildung wird Matlab Simulink eingesetzt und es wird auch bei den Stellenausschreibungen schon gefordert. Das ist ja fast so, wenn im Sekretariat saß, Microsoft Office. Wie kommen wir davon weg? Was können da Gründe sein? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Ich denke, diese vier Zielgruppen handeln unterschiedlich, sowohl die Entscheidungsträger, die Budgets und auch die Entscheidungsträger. Welche Erfahrungen hat ihr gemacht? Welche Erfahrungen? Wer das jetzt genau einsetzt? Also zur ersten Frage ist die Frage wer das einsetzt? Organisation zögern und was sind die Hauptprobleme und wo kann man da Hauptprobleme ist im Prinzip was wir immer beobachtet haben, es gibt alle möglichen Komponenten, das habe ich versucht auf der einen Slide ein bisschen darzustellen, es gibt viele Komponenten, es ist eigentlich alles da, aber ich muss alles selber in der Regel von Hand zusammenstecken und gucken, dass alles läuft und da gibt es Organisationen, Unternehmen, die das machen, mit welcher Motivation auch immer, sei es aus Open Source Affinität, sei es ja aus einfach Glauben in Open Source aber sehr sehr viele kommen dann auch schnell an den Punkt wo sie sagen, okay wir haben das jetzt gepatcht, das hier angepasst und da, jetzt kommt das Update, da müssen wir mal gucken, das ist eine ganze Menge Arbeit, weil es ja eigentlich eine Distributionspflege ist und dann kommt Heartbleed oder Shellshock kann ich rechtzeitig liefern, dass die Lücken auch geschlossen werden, das ist die Frage und da kommen viele an den Punkt wo sie sagen, das ist nicht mehr wirtschaftlich für uns, das zu betreiben und da gibt es von den Kunden, die wir haben, sind es unterschiedlichste sind es ein Entwicklungsproblem aus der anderen Seite sehen, zum Beispiel Compliance Auflagen, Firmen haben Compliance Auflagen, dass sie kein Excel mehr einsetzen, über Sources, die geschlossen sind, ist immer schwierig zu validieren, in bestimmten Bereichen die Independent Software Verification und Validation ist gerade interessant, dass sie sagen, wir überbreiten zum Beispiel bestimmte Tools, die man hat sie nicht ersetzen, ein Beispiel, ähnliche Sachen können ja auch so Treiber sein, weil ich möchte ein bisschen treiber wissen, was können wir tun, weil die großen Organisationen, die großen Firmen setzen Lobbying Geld ein, sieht es natürlich bei uns ein bisschen anders aus. Was man da tun kann, also was kann man tun, um Unternehmen zu Open Source zu bewegen, ist das so ein bisschen? Also jetzt unabhängig von dem Thema, was wir, also ich glaube, unsere Erfahrung ist da soweit, wie ich sie so wahrnehme, ist, dass man diese Einfachheit der Benutzung, eine Ease of Use, ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Knackpunkt. Es nützt mir nichts, wenn ich vielleicht als IT-Affiner und nicht unbedingt Entwickler etwas einsetze, wo ich dann Tage lang rumdoktore und konfiguriere und mir graue Haare kommen darüber, bis das Ding endlich funktioniert. Und dann im entscheidenden Fall auch, wenn mein Chef Montagmorgen das System ist ausgefallen, einer kommt dann zu mir und sagt, was machen wir jetzt? Und ich sage, naja, ich habe mir die Sachen von da und da runtergezogen, das zusammengetan, das weiß jetzt auch nicht, warum das funktioniert, ist das ungünstig. Also, wenn man da auch gerade im Enterprise-Umfeld, da will man eigentlich das outsourcen, genauso wie man sagt, ich will keine eigene IT-Hardware haben, sondern ich möchte das so beziehen. Aber ich möchte trotzdem auf der anderen Seite, auf einer Seite eine bestimmte Haftung und jemanden, den ich haftbar machen kann und auf der anderen Seite die Offenheit, auch immer zu wechseln, dass ich in das System reingucken kann und sage, jetzt hole ich meine Daten raus. Das ist ein Riesenproblem auch für Cloud-Angebote. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet. Paar Aspekte. Aber ich glaube, die Einfachheit, dass ich es nehme, es funktioniert, ist halt auch ein Aspekt, den Open-Source nicht immer so gerecht würde. Ich würde da im Anschluss noch mal die Handrichtung schieben und sagen, können wir Software-Digemot nicht Open-Source überhaupt vertrauen? Ich meine, wir haben überhaupt das anderes einschreiben. Und da haben wir eine große Kampagne gefahren. Ich finde, das ist auf Dauer schon relativ überzeugend, dass nicht irgendwelche drohenden, sonstige Geräte teilweise in Closed-Source ankommen, selbst fahrende Autos. Wir wissen alle ja nicht, was sie machen. Ich finde, das ist ein gesellschaftlicher Anspruch. Netzwerk oder Telefonie oder WLAN möglicherweise weiter und WLAN Also ich kann das noch mal wiederholen fürs Mikrofon. Eine Kampagne zu fahren, um kommerzielle um darzulegen, dass kommerzielle Software eigentlich nicht vertraubar ist. Und das Problem weiß ich so ein bisschen das ist bei vielen Leuten noch nicht so richtig im Kopf angekommen. Aber wenn man sich so umguckt im täglichen Umfeld ist es auch so, naja, letzten Endes ich meine, wer weiß, wer hat wirklich ein Open Handy zum Beispiel, Hand hoch, wessen Handy ist komplett... bei Handys gibt es noch mehr. Ja, genau. Aber da... Ich habe das bei mir bei meinem Laptop, da haben sie sogar das BIOS komplett frei, das ist ein gebrauchtes Modell von 2008. Ja. Da gibt es jetzt ein Projekt so, wirklich bis in die tiefste Halswahl rein, alles so weit wie möglich zu öffnen. Das ist aber einsatztauglich für jeden, für Lime ist es nicht. Ja, das ist, das ist, glaube ich, da dieses Ease-of-Use-Problem. Das fängt immer mit ganz wenigen an und dann werden mehr, da investiere ich jetzt auch Geld, auch wenn es nur 100 Euro sind in diese Computerkarte, wo man dann selber das Ding upgraden kann, wo man die Hardware selbst monologisch macht. So, auch dass es dann irgendwann auch in dem Open-Hardware-Bereich besser mehr Leuten zugänglich werden kann. Ich weiß nicht, ob das noch anderen aufgefallen ist, ich habe die Beobachtung auf jeden Fall gemacht, dass die Firmen Geld in die Hand nehmen und wenn irgendwas nicht läuft, dann heißt es immer, ja, jetzt noch einmal die 200 Euro für die und die Lizenz und jetzt noch einmal und dann geht es doch, dann können wir doch mit dieser Closed-Source-Variante leben und dann ist wieder irgendwas und dann noch mal und jetzt noch mal investieren und dann, wenn man sagt, aber so geht das doch auf Dauer nicht weiter, dann heißt es dann, wir haben jetzt so und so viel, 1000 Euro investiert, das können wir doch nicht alles hinwerfen und dann wird man immer so wie so ein kleiner Junge so ein bisschen angeguckt, weil man steht dort mit seinen Vorstellungen und hat eigentlich voll die guten Ideen und am Ende heißt es, nö, da wird jetzt so viel Geld reingekommen und wenn dann lieber noch mal 200 Euro mehr als das für unser System komplett umstellen. Das kann man so ein bisschen zusammenfassen als Lemming-Effekt, würde ich sagen. Es ist ja auch, also wurde angesprochen, das im proprietären Umfeld ist es oft, man setzt etwas ein, es funktioniert nicht und dann muss man noch mal ein Abkrieg kaufen und noch mal das hinzufügen und dann noch mal 200 Euro ausgeben und am Ende hat man schon so viel ausgegeben, dass man es irgendwann nicht mehr hingeben möchte. Ich glaube, das ist auch ein Problem, ich würde sagen, eines Ansprechpartners. Man hat uns dann trotzdem, also auch, man hat da im Close-Source-Bereich einen konkreten Ansprechpartner, der einem Sachen auch schmackhaft machen kann, sage ich jetzt mal, auch verkaufen kann, zusätzliche Sicherungen machen kann und wenn man selber mit einer Idee kommt, wir könnten das auch so probieren, hat man immer noch das Problem, auch wenn die Idee super gut ist, wenn tausende Unternehmen, tausende von Unternehmen vorher schon diesen Weg gegangen sind, der so breit ist und ich habe so einen Seitenweg, wo ich sage, geht doch eigentlich viel schneller, dann ist es erstmal, naja, es ist ein Risiko. Also keiner wurde wahrscheinlich irgendwie gefeuert, weil er eine große Microsoft-AD-Umgebung aufgesetzt hat, aber wenn er dann eine Linux-Umgebung aufsetzt, da ist ein gewisses Risiko dabei. Das ist auch so ein bisschen so ein Lamming-Effekt, das was alle machen und das machen wir auch. Das muss sich wahrscheinlich rauswachsen, könnte man. Guter Aspekt auf jeden Fall. Fahrausdruck für das gerade angewandte, das ist der sogenannte San-Cost-Falussi, also die versunkenen Kosten, aber wie dem auch sei, du hast gerade den QR-Code angesprochen mit dem Feedback, ich bin jemand, der sich sehr ungern mit dem Feedback-Molar versteckt, deswegen möchte ich das auch ein entsprechendes war. Ich weiß, wie es um mir so geht, aber ich fand, dass der Vortrag und der Inhalt nicht wirklich gemerkt haben. Also ich bin hier reingekommen in der Erwartung, dass wir ein bisschen über die Meta-Ebene sprechen, eine Beschreibung dessen, was sich der Zunevention macht, ja, das ist gut, das will ich auch gar nicht schlecht reden, aber das war nicht das, wo ich in die Erwartung hier reingekomme. Ich wäre jetzt nicht zum Beispiel, zu sagen, es hat mir unser Thema verfehlt, aber es war schon wirklich eine ganz, ganz andere Richtung als das, was sich zu mir verfolgt hat. Hast du die Inhaltsbeschreibung? Ich habe auch gelesen und auch da muss ich sagen, wenn du jetzt für Microsoft wärst, dann hätte ich dir jetzt unterstellt, dass du ganz böse versucht hast, mich mit dem falschen Vorsitzenden reinzulocken, weil so rückblickend kann man doch an manchen Stellen sagen, okay, das ist so leicht angeklungen, aber nochmal, ich habe gerade noch mal drüber gelebt, liebe Streifung, und für mich ist auch nochmal, wenn ich sozusagen wissen, was ich vorher habe, hier reingekommen, schon wirklich so, dass ich sage, also da ist schon das legitim zu sagen, dass man da ein bisschen überrascht ist, was da von vorgetragen wollte, das ist das, was ich erwarten habe. Alles klar, wer findet das auch? Ich wollte ja eine Brücke bauen. Alles klar, ungefähr die Hälfte, ja. Ich wollte ja eine Brücke bauen, ich habe gesagt, was sind die T-Issues, also es ist schon vorgegangen, aber warum Unternehmen und Zirka, oder ich sage ja nicht Unternehmen, das sind ja legal entities, dann lassen wir rechts bauen, was hat sich raus, ich hoffe, du hast ihn, und so weiter, Also was für Untertitel so vor, wenn du sehr unterschiedlich anlässt, statt München, glaube ich, Linus geht das wieder, weiß ich gar nicht rein, die Kartoffeln, Haus und Kartoffeln, das sind viele Ansätze. Und wenn ich nach Berlin gehe, mir anschaue, da hat Google, Microsoft, also auf Veranstaltung, nur wo ist es, natürlich tut Geld, ganz locker, und die sind auch bei unseren Viewpytons, und sonst was, die versuchen, schon massiv Einfluss auf alles zu nehmen. Also jetzt ist die Frage, wie kommen wir voran, ich denke, Transparenz ist ein Thema, Compliance. Für einige, ich habe es eine Excel-Schicht gemacht, das war nicht mehr laut, ist aus dem SET heraus, du musst nachweisen, deine ganze Toolkette, im wissenschaftlichen kennen wir das, oder ruflich aufwarten, im Zivile, musst du nachweisen. Wenn ein Tool ist, das nicht klingt, hast du ein Problem, nicht nur Haftungsproblem. Ich möchte dann vielleicht dann nochmal ganz kurz, ja, also sowas wurde eher erwartet, dass man mehr über die Prinzipien spricht, wie kann man Unternehmen dazu bringen, Open Source einzusetzen. Was kann man da tun, und wie kann man zusammenfragen, und was gibt es da für... Ich hatte versucht, diese Brücke zu schlagen, einerseits von so unseren Erfahrungswerten, was wir eigentlich so in der Arbeit mit unserem System gemerkt haben, was die Leute Garantien brauchen, etc., das, was ich am Anfang genannt habe, wo die Probleme liegen. Und dann aber andererseits, vielleicht war das nicht ganz klar herausgestellt, habe ich mich dann sehr auf den technischen Aspekt fokussiert, okay, und wie kann man jetzt insbesondere den Ease of Use, dass das im Prinzip out of the box funktioniert, was kann man da tun, und was mussten wir da tun, um diese unterschiedlichen Komponenten zusammenzubringen. Aber es ist vielleicht nochmal eine Sache, dass ich besser herausstellen kann im Titel, das stimmt. Richtig, genau. Wie gesagt, ich unterstelle auch nichts Böses dabei. Es ist halt einfach, ich glaube, wenn der Titel anders gewesen wäre, dann wäre man auch hier reingekommen, dann wäre man auch, also wäre ich auch zufriedener gewesen, und dann wäre bewusst, okay, darauf stelle ich mich ein. Alles klar. Das ist sozusagen die technische Umschreibung, die technische Seite ist. Ja, okay, danke. Noch andere Anmerkungen, eine Anmerkung? Dazu kurz, links genauso, ich habe da nochmal nachgedacht, ein Unterschied ist, weil das die kurze Beschreibung im gedrucken F, also die maßes Zeit in der Umstände, da ging es, da wurde gar nicht darauf eingehen, in der langen Beschreibung im Netz steht es tatsächlich im letzten Absatz. Ich war da genauso überrascht, da habe ich dann auch da reingekommen, das stand halt ganz hinten, also der technische Aspekt, der war nicht in der Kurzbeschreibung da, ne? Ja, das wusste ich nicht, welche Beschreibung, wo genau wie dargestellt wird, aber guter Hinweis. Alles klar. Andere Anmerkungen? Gut, dann bedanke ich mich dennoch fürs Ausharren und wünsche eine schöne Konferenz. Applaus und dann bin ich das, was ich zum nächsten Mal. Das war's. Das war's. Ich bin jetzt. Vielen Dank.